Ich heiraten will, schon nach drei Tagen chill und ein ganzes Haus und eine Leihwagen will. Jetzt alle. Willst du einen Party-Chat? Ah ja. Es ist Bonio, meine Freunde der leichten Unterhaltung. Wir spielen abermals eine Runde Bad Wars mit Paluten und M6-Bad. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Wie geht's Ihnen? Wie geht's Ihnen? Guten Tag. Mir geht's richtig sexy. Auf einer Skala von 1 bis super sexy. Wieso springt Tim einfach runter? Der ist ein bisschen crazy drauf. Alter, der ist... Ey, wer weiß ich nicht. Weil ich es kann. Weil ich... Weil er geil ist. Warum bist du runtergesprungen? Da vorne ist schon wieder einer runtergesprungen. Gold, gold, gold. Gold, zack, alter. Oh, irgendwas mal hier gerade weg. Und noch ein. Ey, meine Nase juckt. Nochmal neu anfangen, meine Nase juckt. Das kommt vom ganzen Kokain. 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 Oh, da kommt schon einer. Da, 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 da. Oh, nee. Der hat mich ja direkt gekickt. Oh, oh. Nice. Warte. Das war ein Blauer. Das war tatsächlich ein Blauer. Auch der mich gekickt hat. Tatsächlich ein Blauer. Oh. Was hast du... Ich habe hier richtig einen Latz. Du schließt ja in der Base. Ja, ja, ich habe hier einen Bogen. Das ist ein Quitschi-Quatschi jetzt hier. Das ist kein Quitschi, das ist ein Bogen. Das ist Quitschi-Quitschi-Bogen. Das ist ein Bogen. Das ist Quitschi-Bogen. Alter, was ist denn los mit meiner Nase? Das ist das Kokain. You take the cocaine and put it into the rain. Kannst du das T-Shirt von Kuddel holen. Wieso? Wie heißt das? Kokain? Meine Nase juckt, heißt das. Ach, das ist gut. Das Kokain-T-Shirt, vergisst du nicht, ey. Ach, das ist Tim da vorne. Okay. So, ähm. Tim hustelt hier aber schon richtig los. Der will jetzt den Grün ein bisschen aufmischen. Und der geht einfach durch. Tim ist einfach richtig, ey. Klar kann ich nicht. Machen wir mal gleich ein bisschen Rekord ein. So, komm, den Grün. Rekord? Ja, das könnte sogar noch jetzt hinkommen. Ah, ne, gelb ist es jetzt noch. Das ist ja die große Frage. That's the big question. Ja, dann müssen wir uns jetzt mal hier alle uniten. Let's unite to the fight of the people and the pride. Also, Blocks. Go, Jenny from the block. I'm still, I'm still Jenny from the block. Oh, nein. You say I have little what I have a lot. You say I have little what I have a lot. Where do I come from? Das ist ja mal ganz schnell. Nein. Oh Gott. Oh Gott. Peter, schau. Ich bin runtergefahren. I'm still, I'm still Jenny from the block. Ich will, ich will, ich will, ich will, ich will, ich will. Ich will, ich will. Ich will. Ich will. Oh, jetzt, jetzt, jetzt. Lass dich runterkicken und dann sterben wir. Ich bin still Jenny from the block. Ach, jawohl. You say I have little what I have a lot. You, I have little what I came from. You still knew. War das ein Rekord? Ich bin still. Hä, habt ihr das schon mal schneller geschafft? Ja. Ja, wahrscheinlich nicht. Was für mich war das ein Rekord? Echt? Nee, meiner ist 2,17. Was? Deine auch, oder? Stabberfell? I'm still Jenny from the block. Was? Deine auch 2,17? Ja, nee, ich glaube 2,3. 2,3 sei doch verrückt. Ja, wir machen direkt weiter, würde ich sagen. Oder? Ja, auf jeden Fall. Oder? Oder? Was ist das hier? Können wir da rein? Lassen wir aus? Wir sind ja nicht in der gleichen P-Dizzle-Party. Warte mal, lass warten. Rot, 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 rot. Tim, rot. 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 Rot, Leute. Alle dro... Nee. Ist voll. Oh, Tim. Tim, Alter. Glorie Huder Huren. Tim, ne, oh. Okay, ich setze, glaube ich, lieber einen Cut. So, da sind wir wieder. Das ist ein Spaß, die, Alter. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Lass mal einfach lachen, die Runde. Ich will nicht kommentieren. Ich will jetzt lachen. Ja, ja, ja. Moin, Leute. Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Bad Wars. Wir legen jetzt hier schön los. Ja, irgendeiner muss hier ja kommentieren, Leute. Das kann ja nicht so angehen. So, wir gehen jetzt hier schön nach oben. Ich habe nicht so viele Blöcke, Leute. Okay, du machst das gut. Ja, ich bin... Okay, tipp, top. Ja, ja, ja. Ja, gut, okay. Tim hat sich so perfekt abgelöst, Alter. Das war ein fliegender Willi, ey. Hä? Wo sind meine Sachen? Hä? Hast du das aufgenommen? Das ist die gedroppt. Oh, mein Gott. Wollte wir denn AIDS-Sprung haben, zum Ende hin? Ein AIDS-Sprung. Mit dir hat man nur AIDS-Sprünge. Bola-Sprung. Bola. Guter Freund von mir. Dr. Ebola. Dr. Ebola. Okay, das ist kein AIDS-Sprung, Alter. So, hol dir, hol dir das Gold. Ey, guck mal, wir sind richtig gut. Dr. Ebola. Dr. Wir kennen Sie nicht Dr. Ebola? Dr. 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 Ongo, Mann. Wieso, ey? Das ist ein ganz, ganzer Job. Das war jetzt ziemlich viel Quitschi-Quatschi, was ich jetzt hier erzählt habe. Nein, es gibt wirklich Dr. Ebola. Nein, er hat mich da tatsächlich. Ich kann nicht mehr helfen. Ich bin Jenny from the Block, ey. So, wir haben jetzt ein bisschen Gold noch bei uns in der Base. Oh, yes. Shit, Alter. Oh, bitte. Oh, Alter, was. Sauberpalle. Sauberpalle. Nice. Nice. Okay, warte, du hast Blau. Sag, und jetzt radiere ich auch noch das komplette Team aus. Boah, Alter. Ich bin so eine Maschine. Der Radierer. Nennt man ihn auch nur im Fachkleid. Ich bin so ein Radiergummi. Oh, oh, warte. Der killt mich doch noch. Nee, ich habe ihn doch gekillt. Aber der hat... Okay, die haben mich aber auch... Die haben es gecheckt. Ich habe einen Bogen. Nice. Sieht es ja in unserer Base aus. Sieht gut aus? Doktor Ebola. Ich bin immer noch nicht drüber weg. Ach, herrlich. So, unsere Base ist super safe. Nichts eingebaut. Das Übliche. Warte, warte. Tim, Tim. Kann ich Gold haben? Kann ich Gold haben? Dann machen wir noch viel in der Base. Ich gehe zu Grün. Oder ist Grün schon tot? Nee, Grün ist nicht tot. Nee, Grün ist nicht tot. Aber die waren auch irgendwie so richtig in so einem Baufeeling-Fieber-Schüssel. Hi! Wir werden uns mal... Hi, ne? Ich werde uns mal kurz zu Gelb bauen. Der hat auch schon einen Bogen. Was war das denn? Echt? Das ist ja richtig. Ja, einer von Grün müsste einen haben. Die waren nämlich kurz in der Mitte. Übrigens kommt Gelb jetzt auch in die Mitte. Das ist auch Gelb, ne? Was? Gelb kommen wir auch in die Mitte jetzt. Ja, ich muss aufpassen. Ich habe nur ein halbes Herz, ey. So. Das gefällt Dr. Ebola oder so. Du weißt schon, dass ich seitdem du das gesagt hast, dass du mir nach und nach ein Thumbnail für diese Folge im Kopf kriegst. Du kriegst diesen Anzug, weißt du, mit den gelben Stiefeln. Ja. Und dann sagen wieder Leute, der ist geschmacklos jetzt. Mann! Also, man macht sich ja nicht über die Krankheit lustig, sondern einfach über die, also auch vor allen Dingen nicht über die Betroffenen, sondern einfach über die Hysterie, die einfach herrscht. Und man muss einfach mal sagen, dass Ebola jetzt nicht das ist, was uns ausrottet. Denn das ist über die Schweinegrippe. Ja, sagst du jetzt. Das haben auch alle über die fucking Schweinegrippe gesagt. Rinder, BSE und alles. Rinder, BSE. Sind wir gelb? Ne, ich habe sie getötet gerade. Achso, nice. 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 Boah, Alter, der hat gerade richtig gekommen worden. So, einer ist weg. Das war gelb, ist der. Nein, das war nicht wieder mit dem Bogen. Amst du, amst du, Jenny from the block? Ich habe gelb geduldet. Wir haben ja alle einen Bogen, Alter. Was ist los bei denen? Echt grünes Riech am Stizzle, oder? Übel. Übel. Ja, aber hier P-Dizzle, der verteilt. Abblauen! Richtig viele Headshots hier. Wolltest du blauen? Boah, Alter, die sind tatsächlich echt am ordentlichen. Am ordentlichen sind die. Oh, oh, ich baue mal hier an. Ne, warte, ich habe ja gar nichts zu bauen. Ja, warte, ich werde mich mal ein bisschen equippen. Und ihr wisst ja, wenn ich mich equippe, ist die Kacke am Nampfen. Zack. Dann hole ich mir mal gute Rüstung. Oh, 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 oh. Hallo. Gute Rüstung. Also, ein Aids-Schwert. Ein gutes Schwert. Äh, okay. Dann zwei Heilungspotions. Zwei Stück. Das ist aber jetzt... Zwei Stück. Nifty. Ein bisschen Essen. Nifty. You still have a little, you have a lot. Jetzt ziehe ich das alles an. Oh, aua. Zack. Ich muss ganz ehrlich sagen, Jenny from the Block war ja früher eins meiner Lieblingslieder, ne? Ne? Also, vorm twerken. Ja, da war aber auch Jennifer Lopez noch richtig fruchtig. Ja, also, als wäre die jetzt nicht mehr... Fruchtig. Ja, ja. Fruchtig. Da war sie fruchtig. Jetzt ist sie mehr so... Da gibt es einfach, das sind einfach viel nettere Damen in der Entertainment-Industrie. In Paludenskeller. Wer, wer, wen findest du denn da so, wer ist denn dein Favorite? Alle. Ey, okay. Rita Ora auch. Also, meinen wir jetzt Sänger oder generell? Einfach... Sängerin, ja. Also, Sänger kannst du natürlich auch, je nach deinen Vorlieben, aber... Ja, besonders Sängerin meine absoluten Favorites. Echt? Ne, ich meine generell so in der Entertainment-Branche. Also, Sängerin, wer gibt's denn da? Den find ich richtig geil. Eigentlich keine, glaub ich. Emma Watson sollt anfangen zu singen. Da muss ich sagen. Ja, irgendwie haben alle, alle Jungs immer noch diesen Emma Watson-Tick, ne? Das ist unglaublich. Ja, Emma Watson ist auch... Ja, gerade in dieser Harry Potter-Zeit, wenn man da so ein bisschen in dem Altersding ist, haben alle einen Schuss für Emma Watson. Schrecklich. Ne, ich glaub, es liegt einfach daran, dass Emma Watson einfach extrem geil aussieht. Ja, natürlich. Ich glaub, irgendwas mit Harry Potter zu tun hat. Die könnte auch Sand verkaufen. Und ich würd sie geil finden, wenn ich irgendwie... Ja, Sand. Das ist ein gutes Beispiel auf jeden Fall. Also, wenn's darum geht, gute Beispiele zu bringen, bist du... Oh, nein! Das ist doch ein anerkannter Beruf. Nee, ich war grad heilen. Ich hätt noch einen Tick gebraucht. Ah, du bist tot, okay. Ähm, gut. Also, tu mir leid, ey. Was mach ich jetzt? Pedizzle. Pedizzle geht auch da rüber. Oh, ich hab ein bisschen Schiss jetzt. Ich will nicht, dass wir hier die Mitte verlieren. Ich probier gerade, die Mitte zu halten. Halten. Wie können wir das denn am besten regeln hier? Mit den Dudes? Warten, bis wir genug Gold haben. Ja, und dann Enderperle rüber, meinst du? Ja, zum Beispiel. Ich glaub, ich mach das mal. Haben wir noch Gold bei uns in der Base? Ja, warte, warte. Ich hätt sogar eine Enderperle am stillen. Pass auf, pass auf, pass auf. Oh, shit, der kommt auf. Nein! Nein! Enderperle! Nein! Nein! Einmal mit Profis, Leute. Einmal. Einmal mit Profis, hab ich gesagt. Oh mein Gott. Oh mein Gott, er trifft mich die ganze Zeit. Was zur Hölle? Ja, einmal mit Profis, ey. Look at her. Alter, ich bin gleich tot. Was zur Hölle? Ja, du musst einfach ein bisschen mehr. Du musst mal kurz zu uns in die Base wieder. Alter, zwei Herzen. Das ist nicht dein Ernst. Ach, sie gehen jetzt auch in die... Moment, sir. Richtig krass. Ich war jetzt schon asozial. Das ist echt heftig. Oh, ich hab den... Nein! Das kann doch nicht wahr sein, dass der nicht da runtergefallen ist. Nicht? Okay, jetzt hab ich ein bisschen Schiss lang. Oh, frickin' hell. Ähm, irgendwas wollte ich grad sagen. Ja, wer ist denn... Wie findest du denn? Findest du irgendeine... Oh, die haben abgebaut. Wir sind nicht mehr in der Mitte. Scheiße, ich hab ne Enderperle. Hast du? Ja, ich hab ne Enderperle, aber ich geh nicht in die Mitte jetzt. Ja und? Kannst du auch von hier werfen? Also... Ja, aber das macht keinen Sinn. Vielleicht bist du dem Baum? Nee. Warum? Mach du das. Du bist besser. Hier, warte. Und dann gib mir alles. Hier. So. Hättest du mich abwerfen müssen. Warte. Ähm, ich hab keine Rüstung und so. Oh, danke. Hier, hier. Tim macht den ganzen Staff, Alter. Wenn du das jetzt verkackst, Tim, ne? Wenn du das verkackst, bei aller Liebe, ne? Hast du noch Blöcke? Ähm. Hab, 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 hab. Wir hängen gewohnt. Du inkompetente Stück. Scheiße. Ich regel das jetzt. Achso, essen. Warte, ich rüste mich auch schnell aus. Ähm. Okay. Oh Mann, Alter. Dieser Typ ist so derbe nervig. Aha. Der hat voll den krassen Bogen. Kann das sein? Ja. Ist auf jeden Fall mit viel Damage. Damage! Haben wir überhaupt einen Bogen? Nee, oder? Nee. Damage, Damage. Weil ich würde ja jetzt gern wenigstens nach da oben kommen. Alter! Ja, warte, ich lenk ihn ab. So, okay. Jetzt haben wir wenigstens hier mal. Genügend zum Kaufen. Genügend Space zum Kaufen. Alter, ist das ein Löffel. Ah, kramp. Hm. Armstil, Armstil. Okay, ich bin hier. Immerhin. Hast du ihn? Nee, nee. Ich bin erstmal auf unserer zweiten Insel. Hast du da eine Enderperle hingeschmissen? Nein, nein. Ähm, so. Für die ganzen Leute, die es schon die ganze Zeit nervös macht, dass ich immer noch das Schwert mit dabei habe. Äh, das ganze Eisen mit dabei habe. Was so glücklich ist. So, so. Bin auch wieder ganz, ganz okay equipped gerade. Boah, ist das nervig mit diesem Bogen gespammen, ne? Ich könnte da echt kotzen. Oh, P. Dizel macht den noch den Runner. Ich habe hier eine kleine Wall gebaut. Macht den Runner. Oh, Aua. Also, wenn die alle in der Mitte sind, könnte ich versuchen, eine Enderperle zum Baum zu werfen. Aber die hat halt Wolken im Weg einfach. Könnte aber funktionieren. Tim, mach jetzt nicht. Vielleicht auch, wenn ich hier bin. Immer mal wieder ein bisschen Eisen nachgeliefert. Der ist halt massivst am Occupying. Oh, er kommt, er kommt. Achtung. Okay, warte, warte. Kein Problem. Ich habe zwar nicht viel. Er ist unten. Der eine hat immer gefehlt. Ich habe keine Leben halt. Hab ihn. Aber? Halbes Herz. So. Jetzt ist nur einer in der Mitte. Aber der hat den Bogen. Hat der einen Bogen? Aber von hier aus könnte ich, glaube ich, deren Baum treffen. Wie Dizel macht er das jetzt? Hacker. Hacker? Okay. Wenigstens wissen wir, dass wir okay spielen. Okay, nee, ey. Ich habe keine Leben. Ich kann gerade nicht raus, sonst verliere ich alles. Wenn der Dritte jetzt noch kommt, versuche ich mich zu supporten. Alter. Quicci Quatsch. Ja, Quicci Quatsch. Ah, ich schreibe ja nur zu uns. Soll ich es versuchen? Ähm, ja, probier es, komm. Das ist ein Versuch wert. Das ist ein Versuch wert. Bist du weg? Ja. Ich lebe. Okay, nice. Ich schaffe das. Außer, außer wenn einer von denen sich jetzt... Occupie die. Oh, da tötet sich einer. Echt? Ja. Einer ist einmal ohne. Machst du, du hast... Ja, schaffe ich, schaffe ich, schaffe ich. Nice, nice. Hab's. Nice, nice. Also mal Teamplay at its finest. At its finest. Ja, okay, da komme ich gerade nicht durch. Ha, der Typ. Der Typ ist richtig nervig, Alter. Oh, Johnny Boy. Tot. The Pipes. The Pipes. Hacker. Hacker. Alter, ist der Typ nervig. Der Typ ist richtig nervig. Ja, will ich denn tot? Ah, iso. Ja, ist egal, aber der Typ steht nur in der Mitte. Aber warte, lass... Der spammt einfach. Oh, P-Dizzle. Nein! Oh, da hat er... Wie hat er das denn auch gemacht? Nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin down. Ich bin so down. Ich bin so... Das war so schlecht. Dr. Ebola, würde ich sagen. So ein M4C. Aber das ist jetzt einfach nur mit Blöcken, ey. Ja, 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 das reicht ja schon. Er kriegt so eine Spitzhacke ins Face immer jetzt von mir. Dr. Ebola. Dr. Ebola. Ich glaube, er geht zurück. Er geht zurück, tatsächlich. Ja? Ja. Na gut, er muss ja Sachen kaufen von seinem Gold. Aber er wird wahrscheinlich echt viel haben und kann sich eine Stärke-Poche machen oder so. Ja. Äh, ich werde mal unser Bett ein bisschen zubauen noch. Vorsicht, obacht. Wer er kauft. Go, P-Dizzle, go. Go, P-Dizzle, go. Ich boxe ihn. Er hat keine Waffe. Er hat keine Waffe. Er hat keine Waffe. No, komm, 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 komm. Warte, warte, warte. Ich habe sein Eisenschwert. Ich habe sein Eisenschwert. Er hat es fallen lassen. Ja. GG, Alter. Hacker. Und warte. I'm still, I'm still Danny from the block. Okay. Wenn euch diese Folge gefallen hat, das war auch mal wieder ein bisschen taktisches Geplänkel, dann könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Hacker, geht dich Dr. Ebola. Natürlich könnt ihr auch gerne bei Dr. Ebola und bei dem Vorbeigucken. Der Link zu den beiden ist natürlich ganz oben in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Waffel ist out. Und ich sage tschüss, ciao. Ciao. Ciao.